einen wunderschönen damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mangers dieses mal habe ich mich nach Ventenhausen begeben und wer es dabei ist abhattet jetzt ich wünsche euch viel spaß das ist nicht safe das mal angenommen wird glaube ich ich hab da drei accounts das funktioniert ja aber dein unterwäsche will hat jeder oh das ist süß das ist doch ein perfekter abschluss ich curse jetzt dich sieh in Ruhe sieh in Ruhe komm schon oh nein Das ist so mir. Die Extruden. Oh no! Bei dir ist halt keiner. Let's go, geh doch mal zum Menschen. Ähm, Endelos liegt in Storage. Hab ich gefunden. Ich glaub, der liegt aber schon eine Weile da. Das ist doch. Ah, ihr wart auf der Leiche. Okay. Okay, dann kann ich ihr das schon nicht rausnehmen. Nee, lächelt nicht. Ich hab mich dazu gestellt und bin keiner gelaufen. Also, das Ding ist folgendes. Ich hab ja eben Random Kill an Endelos gemacht mit Sheriff. Ähm, äh, Snomni war eben unten am Müllhebel. Ich hab so darüber gewartet. Aus Gründen hab ich Snomni verfolgt. Dann kommt Endelos plötzlich von der Seite gestürmt und explodiert einfach instant. Und dann dachte ich mir so, ja, das genieße ich den Moment für einen Moment. Und da ich sterben möchte, ich habe Endelos getrackt und wusste, dass es noch da liegt. Ich würd sagen, dann ist es hier auf jeden Fall der Pläne nicht, Jixi zu voten. Nö. Also, Jixi kam erst später dazu, aber es hat dann kein Impostor einen Kill gemacht. Hättest du nicht, ähm, 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 gewarlockt worden sein können? Also, das ist die Frage, wen du die Runde getroffen hast. Ich glaub, ich glaub, ich glaub, der war einfach Sheriff und ist da ran gedüst, wie sonst noch was. Ich denke, er wollte den Revanche-Kill direkt haben. Ähm, aber Warlock können wir nicht ausschließen, ja. Stimmt. Tracker! Tracker? Ja, es würde zu Endelos passen, aber ich würde halt den Warlock nicht ausschließen dabei. 20% hab ich ihn gekillt nochmal. Geht glaub ich nicht aus, Perfektion. Ja, weiß keiner, merkt keiner. Also, wir halten fest. Der gute Leto weiß, zumindest, dass er sich wenden kann. Er kann davon ausgehen, dass ich, äh, Let Bay 2, weiter muss ja es. Die Tasse ist auch wenig vorangeschritten, ne? Wenn du überlegst, wie viel, wie viel einfach nicht passiert ist. 2 Uff! Hä? Bitte was? Voll weird. Voll weird. Fuck it. Ist ja die Camps nicht. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go in Ruhe. Let's go in Ruhe. Geh weg. Let's go in Ruhe. Ja, springt doch mal in den Ding. Komm am Arsch, ey. Hey, Let's go, wir haben letzte Runde haben wir verkackt. Also, ich hab Anfang der Runde Let's go super lange mit Flo rumlaufen sehen. Let's go, wir haben letzte Runde Boros gebotet. Lass auf G-Jicks gehen. Mhm. Okay. Weil Boros kann, äh, wieder Jester sein. Der Stein ist doch irgendwie. Der Stein ist doch irgendwie. Seid ihr... Seid ihr Lover? Wir sind einfach nur gerade so drunter unten gewesen. Ne, wir waren einfach so drunter mit Kixi. Und wir gehen mal nicht auf Bohre, weil wir den gerade schon hatten. Let's go, hast du den Flo verlassen? Kixi wurde ich nicht. Äh, wo hab ich den Flo verlassen? Ich sag, Maschi, die wir natürlich auch gemacht haben. Dann haben wir jetzt verloren, aber hey. In Admin hab ich den verlassen, aber ist da jetzt sowieso egal, wo du raus bist. Tschüss. Also, war in Admin. Pinkeln. So. Sie macht sogar noch die Türen zu. Abstand, 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 Abstand. Das ist die perfekte letzte Runde, ne? Mit Let's show am Abend, also. Du hast den Button schon gewählt. Boris, komm her jetzt, äh. Ist doch lächerlich. Danke. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Wie bist du denn da drinnen gekommen? Also, Boris ist lächerlich, da einfach die ganze Zeit wegzuhören. Sind wir bei ehrlich. Aber Kixi, du hast Maschi so gerettet, ne? Ich hab den gerade wenden sehen und wollte gerade zum Button laufen. Zack. Das Ende einer Liebesgeschichte. Ey, der Abend ist perfekt für uns gerade, der Galoppe, der Chub. Also, perfekte Rollen zum Ende, also. Ach, Kixi. Das entschuldigt alles. Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt. Wendeln, killen und in der Schnitzeln. Bis dann. Das Ende einer Liebesgeschichte. Das war's auch schon mit der Schub. Vielen Dank.